Guckt euch das an, Leute. Das ist das Rumbling. Wir lachen uns von krank jagen. Ashton, bist du ready? Ich bin ready. Okay, ich spawne ihn jetzt. Go. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich steck fest. Ich steck fest. Ich steck fest. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Er ist immer noch hinter mir. Das gibt mir so richtige Anxiety, ne? Ich hab doch schon im letzten Stream erzählt. Fahr mit dem Fahrstuhl, fahr mit dem Fahrstuhl. Okay. Ich glaub, ich bin safe. Ich glaub, ich bin safe. Das ist die Vic Apparition. Was? Ich bin noch hochgefahren. Aufstrich. Yo. Der starb mich einfach nur so an. Wieso macht er nichts? Yo, hä? Wo ist der hin? Tja, Viktor. Wenn du online einfach nur ein wenig besser aufgepasst hättest, dann gäbe es jetzt keine Konsequenzen im echten Leben für dich. Ach ja, Link zu Nordvbieren in der Videobeschreibung und im Kommentar. Tja, das sollte mir eine Lehre sein. Dieses Video wird unterstützt von NordVPN. Ihr wisst ja, ich bin Superhelden-Fan und ich hab neulich die Serie Superman & Lois angefangen. Gute Serie. Aber die zweite Staffel gibt es hier noch nicht. Die gibt es nur auf US-amerikanischen Streaming-Plattformen, auf die ich von hier aus keinen Zugriff habe. Moment mal. Ich habe aber nicht nur auf amerikanische Server Zugriff, sondern auf über 5500 Server in 59 Ländern. Das ist verdammt viel. 240 davon sind alleine in Deutschland. Je näher ein NordVPN-Server ist, desto bessere Geschwindigkeit. Aber je weiter weg, desto mehr Inhalte. Und generell braucht man sich wegen Geschwindigkeit keine Sorgen machen. NordVPN ist das schnellste VPN auf dem Markt. Sicher seid ihr definitiv auch. Ihr habt unter anderem DoubleVPN. Das ist ein zusätzlicher Schuss, der euer Datenverkehr über zwei NordVPN-Server leitet, wodurch er doppelt verschlüsselt wird. Es gibt eine neue, umfassende Bedrohungsschutzfunktion. Es blockiert aufträgliche Werbung im Internet und scannt automatisch URLs, beziehungsweise blockiert bösartige Webseiten. Die fortschrittliche Antivirus-Funktion von NordVPN sorgt für einen Grundumschutz vor Cyberbedrohungen. NordVPN gibt es für Windows, Android, iOS, macOS, Linux und sogar Android TV. Ihr merkt, NordVPN lohnt sich auf jeden Fall. Ich hab's auch und ich bin super zufrieden. Und jetzt hört zu, wichtig, es gibt einen neuen Deal für das Standardpaket. Ganze vier Gratis-Monate, statt wie bisher nur einem, und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Greift auf jeden Fall schnell zu und geht auf den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Danke an NordVPN und jetzt geht es weiter mit dem Video. Die Map ist übertrieben geil. Du kannst auch überall rein. Du kannst überall rein. So, ich versteck mich im Klo. Der Bruder kann fliegen, der kann auch richtig hoch springen. Ist er hier? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich höre ihn. Hä, wo ist er? Oh Gott, ich sehe ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mal gucken, wie lange ich überleben kann. Es ist so dumm, von meinem eigenen Faceback zu laufen, ne? Okay, ich werde gleich mehr spawnen, weil die Map relativ groß ist. Ja, geh da mal hin. Wo? Hier? Auf, lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, einmal außen rum, außen rum, außen rum. Oh mein Gott. Ich spawne jetzt noch einen dritten, ja? Okay, hängt es hier. Okay, Freunde, also ich suche jetzt ein Gebäude, wo ich theoretisch nach oben kann. Also ich versuche irgendwie aufs Dach zu kommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Leute. Entweder auf... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich höre an. Ich höre an. Oh mein Gott. Du entscheidest, wo wir hingehen. Okay. Was ist eure Aufgabe? Überleben. Oh mein Gott. Oh, Leute. Gehen wir lieber weg. Gehen wir lieber weg. Ist das ein Club? Jo, wir sind im Club. Hüpft dich nicht mit Köln an. Düsseldorf. Oh mein Gott. War das bei... Ist das bei Ashanti? Das ist bei Kalotte. Ach so. Hihi Prank. Kommst du einfach in Discord rein und spielst das ab. Hinter dem Aquarium. Ey, wie geil sieht dieses Klo aus. Kein Satz, wo ich erwartet habe, dass ich den jemals sage. Das erste an diesem Club ist das Klo. Jo, gib dir mal das Klo. Ich weiß auch gar nicht, wo der Ausgang ist, ehrlich gesagt. Ich kann dir das zeigen. Auch hier ist der Ausgang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich wollte doch nur nachgucken. Ich geh wieder raus. Ich wollte doch nur nachgucken. Nein. Geh runter. Geh runter. Damit habe ich wirklich... Ey, du bist so ein Wichser. Wo war nochmal dieses Gebäude? Okay, er verfolgt dich. Ich verpiss mich. Ist er hinter dir? Oh mein Gott. 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 Du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Raus, 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 raus. Hör, 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 hör. Okay, ich bin bei irgendeinem Apartment. Da kommt immer ein Nervo. Wo ist er denn? Er verfolgt mich. Er ist runtergesprungen. Ach, der ist da oben. Aber es geht. Ey, der ist gerade reingekommen, ne? Ich glaube, der kommt jetzt über das Fenster zu uns. Ach, der kommt hier nicht zu uns. Ja. Dann müsst ihr doch da hinten sein. Wollen wir schnell zum Save? Ja, lass mal, lass mal, lass mal save, lass mal save. Ashanti, wo ist das Save? Hier, hier, hier. Mach auf, mach auf. Danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, und jetzt wieder zumachen. Jetzt, 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 jetzt. Okay. Oh mein Gott, ich bin drin. Also ich muss ja hier safe sein, Bruder. Da ist eine fette Stahltür zwischen. Hä, wie cool. Okay, komm. Ich bin hier safe. Ich höre ihn. Der ist auch direkt vor der Tür. Was? Hä? Ich habe einen Stuhl. Wir kommen jetzt hoch. Okay. Hä? Wo bist du? Ja, warte. Der Stuhl ist ein bisschen schwierig zu bedienen. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, wo die sind. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ich glaube, die sind nur unter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist er. Oh. Hinter dir. Hinter dir. Die nächste Mission ist, ich versuche irgendwie auf die Dächer zu kommen. Aschanti, ich will zu diesem Riesenhotel. Da, da, da. Genau. World Corp. World Corporation. Das ist, glaube ich, das höchste Gebäude. Wir gucken jetzt erst, da ist die nächste Post oder Aschanti? Ja. Jetzt haben wir beide auf. Junge, wie lange dauert das, bis die Aufzüge da sind? Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir gehen die Treppen. Wir gehen die Treppen. Ich habe hier irgendwas zugemacht. Die Aufzüge ausgemacht. Oh. Bist du gescheuert? Ich bin hier drin. Bist du im Aufzug? Ich bin hier drin. Wenn die herkommen, springen wir raus, okay? Ich versuche dann, aufs andere Dach zu springen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Warte, warte. Ist, ist da, ist da. Spring! Oh mein Gott, ich bin drüben. Oh mein Gott. Ich habe einen Weg, jetzt bin ich verfreit. Ja, also ich bin hier oben. Oh mein Gott. Lauf. Oh mein Gott. Das sieht so gruselig aus. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Jikes. Der will uns unbedingt. Der freut sich schon, wenn du bist. Ja, guck mal, wie er rumjumpt. Also das ist wirklich Nightmare Fuel, was da macht. Jetzt hat er mehr Bock auf dich. Er hat realisiert, er kriegt dich eher. Oh mein Gott. Das kann ich an. Der Bunga ist halt besonders scary, weil er keine Geräusche macht. Ich will nichts sagen, aber Bunga ist aus der Kanalisation geklettert. Nein, nein. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Oh mein Gott. Oh Bunga kommt. Oh Bunga kommt. Das hat gar nichts gebracht. Lass mich aus. Okay, jetzt will er mich. Jetzt will er mich. Ah. Lauf. Also die Map ist inzwischen voller Nextbots. Kommt er hoch? Oh mein Gott. Mach mal den Ring rein. Boah, das wäre krass, Leute. Ist doch Bunga hier? Ich höre es aus. Ich weiß aber nicht, was es ist. Oh mein Gott. Ich höre richtig viele. Oh mein Gott. Oh, ist ja auch was. Ich bin so geschehen. Warst du in einem Hotel drin? Ja. Ja, ich habe es gesehen, wie sie reingekommen sind. Kann ich hier noch irgendwo rein? Oh. Wir gehen ein bisschen beichten, Freunde. Kann man sich vor ihnen verstecken und die finden einen nicht? Ich glaube, die finden einen immer. Das ist das Problem. Oh mein Gott. Oh Bunga. Oh Gott. Oh mein Gott. Fahr, 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 fahr. Oh mein Gott. Das ist eine Sackgasse. Ach du Scheiße. Vor ihm wegzufahren ist so viel gruseliger, als vor ihm wegzulaufen. Weil man trotzdem irgendwie langsam fährt. Yo. Dieser Helikopter wird nicht funktionieren, wer auch immer ihn gespawnt hat. Ey. Ey. Das ist dein Tod. Das ist dein Tod. Wieso sterbe ich? Wieso bin ich so geflogen? Was ist denn so ein geiles Versteck? Oh mein Gott, Ashanti. Dankeschön. 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 Darfst du auch gerne behalten. Hier ist so ein Einfamilienhaus. Karma. Oh, ist das gruselig. Hier geht der Lichtschalter? Yo. Das Licht funktioniert. Oh mein Gott. Ich bin so gefickt. Was habt ihr vertraut, Ashanti? Oh mein Gott. Nein. Er ist oben. Von beiden Seiten. Hier, 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 hier. Oh, oh, oh. Das ist kein echter. Das ist kein echter. Sorry. Ich verfolge alle mich. Ah. Endlich. Oh mein Gott. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin in der verfickten Kanalisation. Ach du Kacke. Ja. Wie die alle über dir sind. Ja. Kommen die durch? Ne, die kommen durch. Ja, jetzt kommt ein Weg runter. Ist der Bunga auch hier? Ich sehe es. Oh nein. Er hat dich. Oh mein Gott. Sol ist auch hier. Lauf, 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 lauf. Sol kommt. Lauf, 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 lauf. Es ist eine Sackgasse. Nein, ich kann hier runter. Ich kann hier runter. Okay, pass auf. Ich spawne jetzt da unten ganz viele Kranks. Soit ihr ready? So. Die kommen jetzt alle her. Das wird krank. Das wird krank. Ich glaube diese... Oh mein Gott. Guck mal hinter dir. Hau rein. Feuerwehr. Oh ja, die hilft mir jetzt bestimmt. Okay, pass auf. Wenn die hochkommen, dann klettern wir... Du bist tot. Oh mein Gott. Wie soll ich hier rauskommen? Ich, ich, ich habe überlegt... Noch nie habe ich mir selbst so viel Angst angejagt. Ich werde Albträume von meinem eigenen Gesicht haben. Oh, ich kann, ich kann sogar wirklich schwimmen. Sie können ins Wasser. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm ins Wasser, komm ins Wasser. Nee, nee, nee. Ich bleibe hier oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt euch das an, Leute. Oh mein Gott. Das ist das Rumbling. Komm her. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie kommen über die Dächer. Ja, ich habe es gerade gesehen. Oh mein Gott. Nein, er ist auf. Er ist wieder runtergesprungen. Oh. Okay, Leute. Ich glaube, ich höre auf. Haut rein. Ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Ich bin nicht bereit.